Luft! Wo bin ich hier? In deinem schlimmsten Albtraum! Ohne meinen Schwanz aufzuwachen ist mein schlimmster Albtraum. Na dann eben dein zweitschlimmster! Ein Mädchen, das mit langen, nassen Haaren auf seinem Brunnen steigt. Na dann dein drittschlimmster Albtraum! Sex mit McGonagall. Okay, viertschlimmster! Einige Albträume später. Los, los, frag nochmal, wo bin ich hier? Wo bin ich hier? In deinem 46. schlimmsten Albtraum! Oh mein Gott! Angst!